Da draußen gibt es viele Gaming-Headsets, aber nur eines hat den Sound von Teufel. Der neue Teufel Cage überzeugt mit richtig gutem Virtual & Surround Sound direkt auf die Ohren. So hört ihr den Gegner schon bevor ihr ihn seht. Damit die Runden auch mal länger gehen können und ihr als Brillenträger keine Einbußen habt, bieten die Immersion Over-Ear Capsules einen sehr hohen Tragekomfort und optimale Klangeinhüllung. Die Ohrenpolster können natürlich gewechselt und auch gewaschen werden. Dank 40mm Linear-HD-Treiber bietet der Teufel Cage einen erdigen und tiefen Bass, überzeugt aber in den wichtigen Momenten auch mit seidigen Höhen. Je nachdem, ob ihr ein Spiel spielt, einen Film guckt oder Musik hört. Egal ob PC oder Konsole. Da jedes Ohr anders ist, könnt ihr auch unterschiedliche Klangprofile abrufen. Für eine schnelle Lautstärkeänderung gibt es einen Regler direkt am Kopfhörer und das Headset selbst hat eine USB-Soundkarte integriert, sodass ihr mittels Teufel Audio Center weitere Einstellungsmöglichkeiten vornehmen könnt. Zudem gibt es ein HD-Mikrofon mit einer angepassten Richtcharakteristik für beste Sprachverständlichkeit und ein zweites Mikrofon für eine intelligente Echo-Cancellation. Selbstverständlich könnt ihr das Mikrofon über einen Button direkt am Headset stumm schalten. Wenn dich der Teufel Cage interessiert, schau doch gerne in unserem Webshop vorbei oder besuch uns in unseren Stores. Diese findest du auf teufel.de slash shops.